Musik Wo war denn der Casino jetzt? Gehört einfach nur der Straße zu fragen Wollen wir da hin? Wollen wir ja egal Oh shit! Den hab ich nicht gesehen In dem Lager, ne? Ich denke Ja, oben auf dem Friedhof Oder ist das noch höher? Oben drauf in der Naja an dem Friedhof an dem Friedhof Ganz links 55 hinterm Auto war einer Sollen wir da näher ran pushen? Ja Solange die noch beschäftigt sind Ja Am besten auf die Kirche drauf, ne? Auf die Kirche? Ja komm hier Hier hat so Kisten, wo wir hochklettern waren Bei mir Shotgun nachgeladen wurden Tunsein Bei dir? Klaus, ja in der Kirche Ich hatte die Kirche hoch Ja Aber da hat einer eine Schrotze nachgeladen Direkt hinter dir Den dreht hinter dir Wollen wir vielleicht M14 gegen die Scar tauschen? Gleich M4 meinst du? Ja, das steht ja Was da schon wieder auskommt Was da schon wieder auskommt? Die sind da oben irgendwo auf dem Ja alles klar Der ist ja ganz weit hinten Ich hab denen nen Hit gegeben 55 Einer war 55 ganz weit hinten oben auf dem letzten Hügel mit dem Berg Mit dem Bäumen Da hinten sind die Ok Der Typ hier vorne ist gestorben Ja? Ja Einer ist noch unter uns Richtig? Ja Ich hab vorhin zumindest ne Shotgun nachgeladen Hier liegt noch ne Lag noch ne MP Charlie Ja hab ich gesehen Hier ist ein zweier Rucksack noch Hab ich Oben Ja oben Nice Da geh mal looten Oh der hatte ja gar nichts Jo die Kiste ist unten festgepackt Willkommen nicht looten Vielleicht von unten Da hab ich auch schon gebraucht Passt'n? Geht nicht Ähm Okay Ich hab hier Schüsse um mich Ja Ja Die sind bei 115 auf dem Berg 115 Oh ich hab Sehste Hatten Einer ausgenockt Wollen wir pushen? Ja Ja Lass rechts rum oder? Ja Ein Schuss Eintreffer So gehört sich dort Oh die Sonne Was fällt ja nicht mehr? Vor mir vor mir Die laufen Ah tot! Ein kill hab ich. Nice. Nice man. So läuft das Ding. Sehr nix. Auch nicht. Wollen wir erstmal hier bleiben? Ich würde so gehen, gucken ob wir hier noch mal ein bisschen weiter nach rechts kommen. Muss immer noch keine wüsste, oder? Weil da vorne ist der Casino. Lass mal gucken ob wir da vielleicht die Leute die da rausflüchten wollen. Achso. Ah ne, wir sind jetzt eigentlich gut in der Zone. Dann lass uns einfach hier auf dem Berg bleiben, oder? Die müssen ja da jetzt rauskommen. Naja, genau. Das meine ich, da wird die Flucht abfangen können, weißt du? Ja. Der Adrop wird hier in dem Tal landen, ja. Der ist genau auf der anderen Seite von dem Tal. Ja, wollen wir an... Ah ne, auf den Hügel. Ah, der ist zu weit weg, schade. Bist du da noch in der Zone? Ja, ne? Schüsse? Äh, K-Schuss Richtung 345, denke ich. Ja, da unten zwei Spieler. Hat nen K-Hit. Wo, wo, wo? Fuck, rote Zone. 350. 350? Die werden auch noch von Wonders beschossen. Silent. Sind ganz unten am Berg, die haben auf mich geschossen und sind weiter gerannt. Der eine hat den K-Hit abbekommen. Okay, sehen. Ja, bei den Bäumen. Ja. Aber ich hab nur einen gesehen jetzt, ne? Ja, die waren aber zu zweit. Da! Äh, 15. Da liegt einer. 15. 15. Hat noch nen K-Hit? Einer noch. Ja. Und den zweimal getroffen. Ich kann den Berg weiter hoch. Okay, der ist gefinished. Der andere liegt aber trotzdem noch. Der hat einen Kopfschuss für ihn gekriegt. Nein. Schuss auf mich? Von woanders? Was? Tot der Typ. Nice. Wollen wir die looten gehen? Hm, ich weiß nicht, die sind außerhalb Zone, ne? Ah ja. Äh, aber gut. Wollen, ne, die Zone kommt schon. Ne, ne, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht, ich hoffe nicht. Wie sieht's bei dir mit Medics aus? Medics habe ich genau drei Stück. Hast du noch nen Brustel oder so? Ja, ich hab einen Energy, ein Schmerzmittel, einen brauche ich noch. Okay. Also eins kann ich dir geben. Ape, Hals. Bin ja voll. Na gut, ich sauf mir eben ein. Äh, ich glaub irgendwo da hinten auf dem Berg müssen noch welche sein. Gegenüber von uns. Ja, da unten laufen sie, da unten laufen sie. 330, 330, läuft einer. An der Straße, an der Straße, an der Straße. 325, jetzt hinter dem Hügel. Der läuft von der Zone weg. Ja, der muss jetzt. Ah, der ist, ja, wollte grad sagen, der ist easy. Den können wir easy holen. Weil der ist auf jeden Fall gezwungen auf uns zuzurennen. Ah, der hin. Ja. Okay. Ja, der läuft. 350. Ja, ich packe jetzt dann vier auf die Skat raus. Hint beim Stein. Ja, aber. Hat zwei Hits. Ich treff den nicht, alter. Okay, jetzt halt der. Jetzt hat er sich hingelegt. Ah, hab ihn ausgenockt. Gut. Das heißt, da ist noch ein Zweicher. Okay, drei Kills. Hast du jetzt zwei getötet? Ich hab jetzt... Nee, nee. Ich hab jetzt aber drei Kills. Lass mal den Berg hoch. Nee, ich darf da gleich jemand rumpushen. Wir müssen eh in die Zone. Guck dir mal an, wo die ist. Oh, lol. Genau, wieder auf der anderen Seite. Rechts von uns sind auf jeden Fall Schüsse. Gegenüber vom Tal. Hinten hier wieder... Ja, sollen wir das Auto nehmen? So. Hinter uns glaub ich auch Schüsse, oder? Ja gut, lass erstmal in die Zone, bevor wir jetzt hier wieder umfighten. Und fighten. Das sind zwei Spülerrichtungen. Ja, 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 sehe ich sie. Ja, dann lass laufen, oder? Lass es noch fahren, oder? Na gut, okay, fahr. Ach, sonst sind wir wieder... Aber fahr links neben den Stein, links neben den Stein. Nichts von uns. Oder hier in der Tal runter, aber dann sind wir unten offen. Ich war jetzt vorne hoch. Ja. Dann laufen wir, oder? Ja. Nein, 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 nein. Lass es jetzt laufen. Lass den Berg noch hoch, weil... Ja, ja, ja. Jetzt. Okay, und die Kale ist rollergräuert. Hier vorne sind Schüsse. Glaub ich, vor uns. Lass erstmal hier vor uns zum Stein gehen. Ja. Close. Rechts. Mal in Richtung. Aber links sind auch close Schüsse. Okay, ich sehe welche. 250 hier hinten um den Berg. Der hat sich hingelegt. Den können wir abknallen. Das lassen wir in die Zone, oder? Ja, gut. 250 hinten am Baum. Ja. Ja. Die fighten sich aber gerade. Das sind die, die rumballern. Ja, ich sehe es. Und Hit. Oh, der wäre echt schön gewesen. Fuck. Ey, lass den Berg hoch. Naja, ja, ja, ja. Der musste eh kommen. Aber pass auf, dahinter waren auch close Schüsse. Jo. Etwas weiter links. Ich denke mal so auf Osten. Wahrscheinlich da hinten in den Gebäuderuinen. Schuss. Schuss. Ah, da hinten. 160. Recht vor uns. Ja, ich höre es. Ich bin noch nicht in der Zone. Fuck der. Scheiß. Stein ist nicht in der Zone. Da kommt ein Auto. Oder fährt ein Auto rechts. Okay, ich kann gerade nichts machen. Ich fährt jetzt von einer Seite. Ah, links. Ja, ich fahre jetzt noch von hinten irgendwo. Ich habe einen Hit. Fuck. Hinter uns, ne? Die halten vor mir. Ah, ich krieg von rechts. Ich krieg von rechts. Ich krieg von rechts. Aber Half-Life. Motorrad. Sehen. Hab'n K-Hit. Aufgestanden. Ich muss mich eben healen. Ah, Headshot gekriegt. Ich hab'n Handy gekriegt. Ja, ich kann nicht. Klar, Kopfschuss. Naja, weiß ich. Aber jetzt heizen sie mir von allen Seiten ein. Ja, auch. Überall. Drei Kills. Neunter Platz. Fünf Kills. Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills.